Und jetzt, Rolli und Rita! Au! Bist du nicht Rita? Ja, ich bin Rita Weiß. Hallo, mein Name ist Rolli, Rolli Schmidt. Hallo, ich gehe jetzt auf den Jahrmarkt. Ich auch! Aber, ich bin dick! Haha, du bist dick und ich bin auch dick. Jetzt bin ich groß. Bist du 13? Bist du 11? 5 Minutes später. Hallo aus Berlin, wie heißt du? Guten Tag Berlin, wie heißen Sie? Eine Schlange! Nein, Fischer! Nein, das ist mein Vater. Aber das ist meine Oma. Aber das ist mein Bruder. Eins, zwei, drei, vier ist eine Post. Hier, fünf, sechs, sieben, acht. Wie komme ich zur Post? Guten Morgen! Es ist 7.30 Uhr, halb acht. Aufstehen, bitte! Guten Morgen! Ich gehe ins Badezimmer. Er wohnt in einem kleinen Dorf. Er wohnt auf dem Land. Irgendwann! Oh-oh! Rolly! A few minutes later. Das ist leicht. Also, die Hauptstadt von Deutschland ist Rom. Die Hauptstadt von Frankreich ist Madrid, glaube ich. Fertig! Nein, 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 nein! Was machst du, Arno? Hilfe, Hilfe! Wo bin ich? Bis bald Bis bald Bis bald Yeah Kommt her, ihr beide Snell Weg hier Da Und da Und da Und da Und da